Untertitelung im Auftrag des ZDF ZDF Hä? Hä? Weißt du die? Ein Platz hoch und das Fenster nach unten Oh, Schnee! Das ist jetzt die Fahrer aller Fahrer, die wird so ein bisschen achchen Nur hier fahren Aber fahr ruhig mal da lang Und da hat die Firma Grumbacher irgendeinen Wettlauf machen lassen Das würde ja sowas probieren sein WHAAAA MWAH Da hinten, das ist halt der 3 Herrensteinses Saal mit der Hütte. Aha. Ah ja, da haben wir jetzt auch einen 3 Herrenstein. So, das dürfte der 3 Herrenstein sein. Da gehts weiter. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Jetzt wieder durch den Latsch zurück. Lass mal den Rufen schaffen. Der andere Weg hier. Was ist denn der 3 Herrenstein? Wenn dann, der ist da hinten runter. Da geht noch was. Da hinten runter geht ja nun gar nichts. Das ist das Hütchen am 3 Herrenstein. Bis zum nächsten Mal. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob es ist. Okay. Der Weg sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, da geht es auf jeden Fall schon mal bergab. Da stranden wir nicht wieder in der Zinn. Da bin ich mal gespannt. Auf die Idee bin ich auch nicht gekommen, dass wir hier so ins Gewälle geraten, sonst hätte ich die Kartenmaterialien eingesteckt. So, wir sind hier runtergekommen. Ah ja. So, das sieht doch mal schlecht aus hier. Nein. Jetzt sieht es aber auch nicht aus. Das macht den Eindruck, als würde es bisweilen gefahren. Ja. Ich muss sagen, was da drauf ist. Wie lange es gleich abgeht, können wir davon ausgehen, dass wir irgendwann wieder Asphalt an die Reifen kriegen. Und zwar kein Schild, das uns nicht erlaubt. Nee, es war kein Schild, dass uns irgendwie... Ich habe gesagt, früher wäre mir das scheißegal gewesen. Heute ist es nicht mehr ganz so einfach, mit dem scheißegal. Ich würde weiter nicht gleich runterfahren. Die Neigung hier. Da sind doch noch Bänke im Wald. Die Neigung hier. Guck mal da. Wo sind wir denn hier? Drei Jahr dran. Das gibt's besonders schönes da hingestellt. Da sind wir ja auch mal einbrechen und übernachten können. Das ist bestimmt die erblich bedingte Verknücherung in deinem Ohr. Ja, das ist schon mal. Nee, nee, nee. Das ist gehört. Ja. Bremskrutsche wechseln jetzt. Jetzt ist das ja gemacht worden. Und dann kann ja so viel noch nicht sein. Das kann man auch mal machen, wenn man wieder ein paar Meter auf normaler Straße gefahren ist. Und der Dreck abgefahren ist. Dann haben wir ja doch die eine oder andere Furt durchfahren. Ja. 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 Ach, zweimal mehr aus der Stadt draußen, also wie ich es gebildet habe. Und so fahre ich zwei, dreimal wie eine Stadt und aufquell durch die Stadt oder gehe ins Stadion. Ich würde links in Rotarn, ja. Da steht zwar ein Landschaftsschutzgebiet. Das ist ein Forenschutzgebiet. Das ist auch ein Naturschutzgebiet. Da haben wir, glaube ich, weiter kein Schild im Platz, das wir hier nicht verloren haben. Das ist jetzt schon ein bisschen seltsam hier. Ich hoffe, dass wir hier wieder ein Strack wunder können. Oh! 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 Oh, oh! 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 Jetzt fahren wir einmal rot, um den Berg zu sehen. Wieder so ein Hinweisschild für den Berg. Kommen wir gleich wieder da oben auf dem Berg. Wie hieß der? Ding ins Kopf raus. Guck mal, wie ist das so fest? Das war alles. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin der Berg. Das war's. Das war's. Das war's. Nichts. Das war's. Oh, ein Wildwechsel, da kommen meistens neue hier nach. Da hat er schon der Nachzügel. So, ich würde jetzt rechts rumfahren. Ja, das war jetzt mal reingebaut. Da merkt man, wie man automatisiert ein gewisses Verhalten im Straßenverkehr trainiert wurde. Da ist es so. Zumal war da vorhin von da oben auch hier unten irgendwas Asformiertes zu schieben. Jaja, das sah zumindest so aus. auf der anderen seite des tales das geht in die richtung so lange es vor Ort geht 16 Minuten Herbstwald